Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 3, wuhu, ja, ähm, in der letzten Folge haben wir einige Drachenschwanz-Typen gehakt und irgendwie ging's nicht so ruhig weiter, ähm, ich muss euch gleich mal vorwarnen, erstmal hoffe ich, dass auf jeden Fall die TV-Karte jetzt nicht so oft abschmiert, ich hab keine Lösung gefunden, ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Jetzt höre ich Geräusche, ominöse Geräusche, egal. Und ich muss gleich mal vorwarnen, ich bin grad ein bisschen erkältet, ich weiß nicht warum, eigentlich gefällt mir das auch nicht, aber dagegen kann ich jetzt leider nichts tun. Ich hoffe, meine Stimme kackt nicht allzu doll ab und ich kann auch einigermaßen gut sprechen und ich muss die ganze Zeit machen. Ein bisschen wird das wahrscheinlich passieren und ich kann durch diese Dinger durchfallen, das ist interessant. Gut, ähm, ich hab mir schon so einen kleinen Punkt vorher ausgesucht, ich hab wie gesagt keine Ahnung, was man jetzt genau machen muss, weil dieses Spiel einfach so unbekannt ist, findet man auch keine Lösung im Internet. Ja, außer einen hab ich gefunden auf Spiele-Tipps und da stand dann einfach, äh, ja, du musst einfach so ein Drachenschwanz-Orden-Ding machen und dann kommt automatisch die nächste Mission. War bei mir jetzt irgendwie nicht der Fall. Naja, ich guck einfach mal ein bisschen und hoffe, dass mir meine TV-Karte nicht wieder hundertmal abschmiert. Allerdings hab ich im Ruin, dass das passieren wird. Yo, Spider-Man. Hast du von der Razzia im Drachenschwanz-Casino gehört? Ein paar wurden geschnappt, aber der Rest konnte entkommen. Und das ist wirklich nicht geflunkert, als du das gerade erzählt hast, oder? Oh, meine Nerve, ich kann kaum sprechen. Ja. Guck mal, so viel Spaß hab ich sogar im Let's Plane, dass ich das sogar erkältet mache. Wann? Wann? Gut, das geht ja eigentlich. Das ist ne schöne Beruhigung, grad, das Aufnehmen. Wow. War das im Trick. Ach so, genau. Ich hab jetzt die Vierer-Kombo. Äh, ja, ja, du weißt wieder aus. Ich kenn das schon. Ich schieb jetzt wirklich mal die, ähm... Äh, die, 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 die TV-Kartenabschmierer darauf, dass meine Grafikkarte so ein bisschen im Eimer ist. Aber wie bereits erwähnt... Aber nicht so schlimm wie die anderen Mitglieder des Drachenschwanz-Ordens. Sie haben einen Ladenbesitzer entführt, nur weil er ihnen Geld schuldet. Oh mein Gott. Äh... Wieder kein Sound, ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Äh, das... Ja, wie gesagt, ich hab ja vielleicht in ein paar Tagen eine neue. Ich hoffe, dann geht's alles wieder gut. Wenn nicht, muss ich mal gucken. Ich muss mich da ausführlich noch mal recherchieren. Ein bisschen rumprobieren. Wie ist das... Bäh. Hilfe! Die Zeit ist gleich vorbei. Noch ein bisschen hin, Spider-Man. Wir haben nicht die Ewigkeit. Lol. Ähm... Du bist jetzt der Ladenbesitzer? Das Zeug kann dir nicht ausgehen, oder? Nein. Äh... Okay. Das ist jetzt für die Mission. Geh... Entführt. Ich merke schon, wenn man richtig entführt, eher richtig. Böse. Vor allem, ich muss den Typen nirgendwo hinbringen. Ich wollte ihn grad zum Spaß in den Bull bringen. Oder muss das sogar... Warte mal. Äh... Ich bin verwirrt. Kannst du erst noch auf dem Dach hier rumzählen. Ich stehe in deiner Schulz, Baby. Bis ich höre ich erstmal hier. Da ist schon wieder dieser Spinner. Ob wir wohl diesmal eine Chance haben? Ui! Ich wusste ja, dass ihr Jungs abergläubisch und feige seid, aber... das ist peinlich. Aua. Ich höre... Geräusche! Nein, du nicht. Ich mach' auch so platt. Bam! Oh. Scheißausweicher. Guter. Guter. Es geht grad mit meiner Nase. Hä? Was war denn das für eine Mission? Ich musste grad wirklich vor der Aufnahme meine Nase gefühlte 50 mal putzen. Ich hoffe, das wird leider nicht wieder so schlimm. Wenn du noch was Gutes tun willst, Schläger vom Drachenschutz-Orden treiben auf der Straße Schutzgeld ein. Na gut, ich kann dich ja ruhig auf dem Dach hier stehen lassen, ne? Macht der ja nichts. Hä? So, keine Ahnung, was das jetzt soll, wie das jetzt geht. Wir ziehen hier die Schutzmasche durch, was? Die werden jemanden brauchen, der sie von mir beschützt. Ja. Bam, die Kombos cool. Aua. Aua. Ganz ruhig. Aua. Bam. Wollte ich sagen, kann ich mal schlagen? Danke. Bam, bam. Ach komm. Aua. Voll die fetten Typen. Das ist wieder ganz witzig heute, Spider-Man, wa? Ähm, hallo? Ich... Was war... Was war das gerade? Bam! Bringen wir es hinter uns, Spider-Man! Die letzten Worte des vorigen Kerls, der mich bedrohen wollte, werde ich nie vergessen. Er sagte, nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht! Rate mal, wo ich ihn geschlagen habe. Boah! Das ist ruhig, Dicker. Der Dicke kriegt jetzt Angst hier, oder was? Jo. Ich glaube auch. Loil. Der Rest des Drachenschwanz-Ordens war gerade in einem Polizeirevier und hat Akten des Zeugenschutzprogramms gestohlen. Oh nein. Wie schrecklich. Ach ja. Wo soll ich hin? Da muss ich hin. In der falsche Richtung. Ui. Moin. Mach voll Spaß, die Kombo. Zack, 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 zack. Bam! Äh. Okay. Ähm. Die Kombo hat nicht geklappt. Wir luschen wieder, die können gar nichts. Ähm. Ne, dass ich wieder bei der Animation des Aufhebens hängen bleibe. Wie ich da ganz am Anfang mal war. Das war lustig. Ich bin schon erstaunt, dass meine TV-Karte noch nicht abgeschmiert ist. Ich hätte das nicht erwähnen sollen gerade. Jetzt passiert das nämlich gleich. Das komische ist, ich hätte auch da aufschieben können und sagen, ja, es war warm. Und da passiert sowas ja öfter mal, dass das alles überhitzt. Glaubt mir, Spider-Man. Die Stadtbeamten sind wirklich froh, die Akten wieder zu haben. Oh oh. Meine Nase füllt sich langsam wieder mit. Schleim. Düm. Habe ich jetzt eine Mission vielleicht? Immer noch nicht. Bisschen coolen Kreislauf. Ich verstehe es nicht. Ähm. Wie zur Hölle? Ich will eine Mission. Du musst doch nicht alle grünen Dinger erledigen, oder? Aber wo kommt was anderes übrig? Na ja, gut. Wo bin ich denn gerade? Damit, ne. Kann ich das ja gleich mal machen hier. Ja, scheinbar muss ich doch alle machen. Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach so lange weiter, bis keine mehr übrig sind. Und dann merke ich wahrscheinlich, dass das Spiel einen Fehler hat und nicht weiter geht. Das wäre natürlich cool. Geht du hin, ich bin da. Von denen schon gesehen. Wow. Wui. 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 Ich will da rauf. Mann. Steuerung. Don't be so unfair. Ah, danke. War doch gar nicht so schwer. So. Dahin sagst du. Wui. Wui. Naden. Der Drachenschwanzorden liegt im Krieg mit seinen Rivalen. Sie wollen mit einer Bombe für Ruhe sorgen. Die Frage ist, was springt für dich dabei raus? Aber eigentlich will ich es gar nicht so genau wissen. Oh, meine Nase. Jetzt kommt sie wieder hier. Scheiße. Na gut. Ich hoffe, mein Schlimmes noch ertragbar ist. So gesehen, privat geht es mir eigentlich ganz gut. Ich hatte heute Morgen in der Schule schon ein bisschen Kopfschmerzen und so. Ja. Ein bisschen Kopfschmerzen, so ein bisschen Augenschmerzen irgendwie auch. Das ist immer so ein bisschen, ja. So was, wenn ich so ganz lange auf den Bildschirm geguckt habe, versteht ihr? Das ist mittlerweile eigentlich alles wieder weg. So gerade Bildschirmen hier, Augen nicht. Das wäre ja fatal. Ist mittlerweile alles wieder in Ordnung. Aber immer noch ein bisschen erkältet und ein bisschen... Euer Stemmer, habe ich das Gefühl. Ich soll wieder drehen. Wesen so als Entschädigung. Weil ich krank bin, stürzt die TV-Karte wenigstens nicht ab. Das ist sehr höflich. Vielleicht hat die letzte Mal auch irgendwas im Hintergrund auf oder so. Ach, keine Ahnung. Sonst war es halt immer, als die Festplatte voll war. Die habe ich gar nicht mehr geleert. Na gut. Aber, äh, Spider-Man-Folgen, weil so TV-Karten folgen... ...sind halt immer sehr viel größer. Das eine Folge meistens so 50 GB groß oder so. Also nicht gerendert, sondern halt so. Grohe Aufnahme. Während gerade mein anderes Let's Play Thinking with Time Machine, welches privat übrigens schon komplett aufgenommen ist, ist halt PC davon gestorben. Ich dachte, du wärst eine Herausforderung, Spider-Man. Hat mich wohl getäuscht. Ja. Du kommst mit auf meine Checkliste für alle Siege. Da wären der grüne Kobo... Und dementsprechend sind die nicht so groß. Meinst du, so 10 GB oder... Weiß ich nicht. Weil ich hier auch nur ein 720p aufnehme. Vielleicht war ich ja nur ein Lockvogel, Spider-Man, um dich von den Attentätern abzulenken, die wir ausgesandt haben. Wir werden jemanden verliebten, der uns hintergangen hat. Oh, Mensch. Oh. Attentäter. Okay. Da vergesse ich bestimmt ein T, wenn ich die Nachricht für die Polizei schreibe. Attentäter. Ich höre eine Dings. Und das gerade nicht zeitlich bedingt. Deswegen hole ich den erstmal. Hui. Ah. Nase. Bitte. Aber wie gesagt, die Spinnensybohle können wir dann erst finden, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Die Hauptstory. Deswegen werde ich das auch gar keinen Fall machen. Ich habe gar keine Lust zu. Ja. Diese Stadt ist so... Was hast du in letzter Zeit für mich getan? Zerkwetschen wir die Spinne. Habt ihr die 70er verpasst oder wartet ihr auf Halloween? Halloween. Ah, Nase. Wie rennt der denn da hinten? So komisch. Hallo. Laden. Was muss denn in diesem Spiel noch alles laden, ey? Unfassbar. Naja. Hey, Spidey. Danke für die Hilfe. Aber jetzt wird da ein armer Straßenhändler vom Drachenschwanzorden drangsaliert. Natürlich. Ah, Nase. Schön, wie mir der Dings immer noch angezeigt wird. Oh, oh. Nicht, dass das da gleich steht. Du bist zu weit weg von dem Ziel. Weiß, das Spiel denkt, dass es muss kacke sein. Erstmal. Juhu. Moin. Wie geht's? Spidey kommt hier her. Zeit für eine Abrechnung. Boah, beide dann durchgekillt. Ach was? Ich werde gar nicht bezahlt. Was? Läuert? Was? Verbrecher? Achso. Vorhin nicht gesehen. Sag was. Du hast mich, Mr. Ich-Superheld-Klettere die Wand hoch. Aber du kannst nicht diese Bullen retten, die sich nicht bestechen ließen. Wir haben sie umzingelt. Jetzt sind sie dran. Ach Mensch, ey. Sie greifen Cops an, die ihre Schmiergelder abgelehnt haben? Keine schöne Belohnung für etwas Aufrichtigkeit. Oh, meine Nase. Oh, ne Witz gerade. Oh, du Dicke ist hier. Ja, ja. Boah, es passiert gerade so viel auf dem Bildschirm, dass die Framerate der Typen einfach so schlecht ist. Wow. Was ist das für ein Trick gerade? Was ist das für ein Trick gerade? Was ist das für ein Trick gerade? Irgendwas? So. Du hast ein paar ehrlichen Polizisten sehr geholfen. Das werden wir dir nicht vergessen, Spidey. Voll tot. Mission erfüllt. Sehr schön. Alle fast tot. Aber scheiß auf. So. War das genug? Nein, natürlich nicht. Scheinbar müssen wir echt alle erledigen hier. Alle Drachenschwanz Sachen. Oh Gott. Biel, du hast doch einen Schaden. Es sind aber nur noch zwei. Es sind nur noch zwei, okay? Wo bin ich denn eigentlich? Da, da, ihr Hände. Doch, ich spreche aber ein bisschen schwul, weil meine Stimme abkackt. Ähm, und haben wir nicht angefangen? Dann, glaub ich, ne, ein bisschen später. Haben wir jetzt 10 Minuten? Ne, oder? Äh... Ach, egal. Ne, ich glaub 15 Minuten. Ja gut, geht. Das heißt, ups. Eine schaffen wir noch. Denk ich. Oh, 1400 Meter. Verarschen? Kann ich mich auch alleine? Ne? Ne? Neben der Tatsache, dass meine Nase voll ist, juckt sie jetzt auch noch. Ohoho. Ohoho. Hier ist eine ominöse Baustelle. Wer den Film kennt, der wird schon wissen, was hier später stattfinden wird. Hier ist nämlich der Endkampf. Jaja. Schön mit diesem Ding hier. Jaja. Ist, glaub ich, jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, wenn ich sage, dass der Endkampf auf einer Baustelle standen wird, oder? Nicht unbedingt. Oh Gott. Ja, aber das Wasser abkürzen ist schlecht. Ui. 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 Da war jemand geklatscht. Ach ja. Ist das spannend, so durch New York zu fliegen. Zu schwingen, der gesagt. Ui. 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 Ja, ein hartes Green. Ja, also von mir hast du das nicht, Spider-Man. Aber der Drachenschwanz Orden hat gerade den Zeugen entführt, der gegen sie aussagen sollte. Der lebt nicht mehr lange. Eigentlich wollte ich keine Hinweise mehr von dunklen, zwielichtigen Typen annehmen, aber in deinem Fall mache ich eine Ausnahme. Ähm. Achso. Wollte sagen, Katze ihn heute nicht auf. Ja. Ein bisschen verpackt ist das Spiel leider schon. Ah, komm. Geht. Oh. Oh. Oh, voll ins Wasser gefallen. Geil. Oh. 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 Hallo. Mir gleich rausfällt. Zufällig am richtigen Ort. Hallo Krankenwagen. Dass hier zufällig auch anders steht, ne? Durch die die Leute mal durchlaufen können, scheinbar. Würdest du bitte abstellen? Danke. Los, Typ. Erzähl mir was. Und geh nicht in den Krankenwagen. Der ist böse. Yo. Was gibt es eigentlich, was der Drachenschwanz-Orden nicht macht? Die ziehen hier die Schutzmasche durch, was? Die werden jemanden brauchen, der sie von mir beschützt. Schutzgeld, Schutzmasche, Schutzmasche. Hahaha. So lange lässt meine Fähigkeit zu kommentieren nach, weil ich einfach so ein bisschen bleeeh grad bin. Sehr gute Beschreibung, glaub ich. Spider-Freak. Spider-Freak. Ach ne, ich werde gar nicht bezahlt. Ich werde gar nicht bezahlt. Okay. Falsch, glaub ich. Bam. Aua. Würdest du wieder umdrehen? Oh, feilschen. Bam. Du schwingst dir große Reden, Mr. Superheld. Aber jetzt schwing ab. Habt ihr die 70er verpackt oder wartet ihr auf Halloween? Oh, und du auch noch. Mann, du willst den da... Daneben erst mal die. Bam. Bam. Ohne Witz. Der Typ geht mir gerade hart auf die Nerven. Den da. Danke. Mann. Ist doch nicht so schwer. Oh, noch ein Hausweicher. Ich dachte, du wärst eine Herausforderung, Spider-Man. Hab mich wohl getäuscht. Ich würde gern... Aufhören. So. Das war cool. So, ich würde sagen, die Mission machen wir noch zu Ende. Ich bin nur ein kleiner Fisch, Spider-Man. Die entgegen der großen Fische, die gerade der Polizeirazie an unserer Spielhalle entfliehen. Spielhalle. Als Entschädigung, weil, ähm... Letzten Parts beide ein bisschen kürzer waren. Wir sind ein bisschen in die Länge gezogen. Der größte Fehler, den diese Schwachköpfe machen konnten, war zu denken, dass sie mir entkommen könnten. Okay. Und ich muss die Situation ausnutzen. Ich muss die Situation ausnutzen, in der meine TV-Karte mal nicht abspackt. Moin. Bist du wohl ein bisschen hängen geblieben, war? Da rennt der Typ in sich wieder so geil weg. Wie die rennt. Oh mein Gott. Okay. So. Oh Gott. Schlägt zu. Moment. Hä? Jetzt ist ja wieder alles voll. Was muss ich denn machen? Fragezeichen sind jetzt weg. Kommt jetzt vielleicht noch gleich irgendwas? Der Motto. Hey, ich kann jetzt übrigens eine Mission machen. Wohl nicht. Doch. Oh, schon zu hinweisen. Aha. Aha, aha, okay. Okay. Wir mussten einfach nur alle Fragezeichen-Missionen erfüllen. Okay. Gut, Freunde. Wir kommen weiter. Und der Part ist vorbei. Und wir sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Spider-Man 3. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach noch eine Folge auf, weil die TV-Karte gerade nicht abschmiert. Hehehehe. Und ja. Dann folgen wir mal den Drachenschwanz hinweisen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hättet es trotz meiner Erkältung gefallen und der Boden spackt total ab. Cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.